Hi, ich bin Esma, bin 23 Jahre alt und studiere Englisch und Kunst an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Und ich habe seit Neuestem die Möglichkeit, meine Kunst bei Studentenkunstmarkt auszustellen. Und mich freut diese Möglichkeit natürlich sehr, da ich das Konzept von Studentenkunstmarkt einfach richtig cool finde. Man hat als Student oder Studentin die Möglichkeit, die eigene Kunst auszustellen, sie zu verkaufen und sie somit zugänglich zu machen. Und ich finde den Gedanken einfach richtig cool, dass die eigene Kunst bei jemand anderem in der Wohnung hängen könnte. Und deshalb würde es mich umso mehr freuen, wenn ihr einen Blick auf die Webseite wirft.